So, schnappen wir uns den Bienenstock. Hornissen, Bienen, alle Stock... Nicht... Woah... 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 Nicht da reinlaufen... Oh yeah... Wir machen gut Strecke! Woah... Woah... Let's go! Natürlich! Angry B is fucking pissed right now... ... 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 Oh, danke, Mr. Squirrel! Niemand würde das passieren, wenn es für meinen neuen guten Freund ist. Er ist weg, mit einer anderen Frau! Oh, wirklich? Das würde mich nicht beherrschen. Was? Nichts. Insofern, für Ihre gute Service in der B-Kommunität, ich presentiere dich mit... Geld! Nicht für mich! Ich will etwas von Dope! Ja! Cash, Prizes! Und die Bienen sind da! Boah, die Königin fett! Jetzt habe ich Cash für den... Dingsfuttee! Aufhahung! Here you go! Here you go! Man, you just press B! Boah! Oh, waf-fuck! Get me outta here! K-Yub! Come here! Come on, I wanna go back in there! Hurry up! Okay! Help me! Ah, plass. Press B. Ah, das ist ein Buch. Oh, ich weiß. Das ist für die mehr Komplikation. Es wird die erste Mal benutzen, die mehr Komplikationen benutzen. Und wenn du es wieder brauchst, dann press L und B. Das ist 10. Okay. To skip it, just press C. The Capitol. Let's see now. Use Control-Stick to aim. Okay. And Z-Button to fire. Good. Let's see simpler. Okay. Und jetzt ist einer das. Okay. So. Aber wo soll ich denn hinschießen? Wo sind denn die einen Typen? Da. Ohohoho. Da war ich mal Kilometer drüber. Soll ich die gar nicht treffen? Was soll ich denn schießen? Mann. Die Biene. Die Biene. Okay. Nummer 1. Eieieie. Nummer 2. Boah. Voll drüber. Nummer 4. Und Nummer 5. Oh yeah. Was soll ich denn tun? Der. Soll ich es machen? Achso. Ne. Okay. Reicht." Danke. Aber erst gehe ich nochmal in das Level der Hornisse. Das mag ich hier rum, zu gucken, was da war. Also nicht. Okay. Oh, jetzt haben die Bienen mitgesungen. Auch nicht schlecht. Entschuldige. Die kann ich ja noch nicht rein. Mehr in den Stellrad. Ja, bisher gefällt mir das Spiel sehr gut, aber das ist eigentlich bei jedem Spiel, was ich anfange zu spiele. Kurze Pause, aber diesmal wirklich eine Pause. So. Oh. So. Jetzt gehen wir hier rein. Oh. Wir gehen nicht da rein. Okay, wir gehen den anderen Weg. Gott. Oh mein Gott, wie ich am Bomben bin. Nee, Alter, da lade ich meinen Stand kurz. So. Weiter geht's. So. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Oh, wir können's ja einfach. Wir müssen die Kameraführung finden, ich finde jetzt nicht so episch. Hm, let's see. That way or that way. Hm. Okay, er will das. Er will nichts. Ich denke, ich bin der Weg. Ich denke, wir gehen hier auf. Ich kann's ihn. Oh mein Gott. So, was sind die wichtige Elemente in dieser Experimentation? Wir haben die Tafel, ja? Die Milch in das Glas, gebrochen. Ah, ich sehe ein Problem. Oh, und das ist ein Bier. Hm, das ist ein Bier. Hm, ich muss auch experimentieren. Ja. Was ist da einfach irgendwas drunter? Ein Buch oder was? Und dann, mein Gott, wir werden sehen, wer die Tafel benutzt. Ein Komplott. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Okay. Next World. Seid mal wieder. Hallo, Eichchenchen! Kann ich hier drauflaufen? He. Okay, du bist ne Maus. Verprügeln! He! Anzurübsen, du Sau! Kannst du gar nicht sterben? Hallo! Ich sehe dich! Ich sehe dich, kleiner Junge! Du besser aus der Baute aus meiner Beppe, Pronto! Gee, so viele Leute hier wollen mich lösen. Was soll ich für mich machen? Ich werde dir sagen, was ich werde! Ich werde dir sagen, was ich werde! Du gehst aus dem riesigen Mausquitter! Und vielleicht werde ich dir helfen. Just, vielleicht. Oh, nur noch eine Sache. Ich sage, nur noch eine Sache. Du hast mir gedacht, mein Freund. Ich sage, nur noch mein Name, Jack. Und alles werde ich einfach... Dandy! Geh ich weg! MAUUS! Okay. Ich soll ja so runter... Woh! 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 Bist du Dandy? Hi! You must be Bert! I'm Bert! No, no! Jack sent me! Dandy, oh my god! Dandy, oh my god! And you can get on me, brother! There's everything you're trying to do! form your Le необходimator... Citan! Come on K caso! I told you do! Gro nie! Cheese! Ah, god. Dandy! τ дост im Lensاتgy! Hey, hold still! Oh, mein Gott! Hör zu schreien! Dir wird nichts passieren, Käse! Glaube ich! Käse, dir wird nichts passieren! Ich freu dich nur zu einem... Woah, komm schon wieder hin! Aaaaah! Ich bin platt gemacht worden, super! Aaaaah, was für eine Kacke! Aaaaah! Aaaaah! Na, dann sind wir ein bisschen schneller! Aaaaah! 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 Soll ich mal einen Schnitt, wenn ich den Käse geholt habe? Doch! Vielleicht schaffen wir es jetzt. Was zum Teufel! Muss ich dem das hinhalten, oder was? Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oh, wenn es heiß. Let's play Conquer's Bad Fur Day mit mir und no skill. Bis dahin, tschüss, tschüss. Ja, ich spüre eine Runde Gameboy. Mach ich jetzt auch so.